Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Wir haben gestern schon das Hauptklettergerüst von unserem Spielplatz aufgebaut und heute im zweiten Teil von unserem Video geht es weiter. Ich habe schon hier alles bereit gelegt, damit wir jetzt schnell den Zaun aufbauen können. So ein Spielplatz, der muss ja auch um Zauns sein, damit da keiner abhauen kann und damit Kinder nicht einfach auf die Straße laufen. Deswegen stecke ich jetzt hier gerade die Zäune einfach zusammen. Die Zäune kann man entweder so gerade zusammenstecken oder das Ganze kann natürlich auch um die Ecke verlaufen. Das kann man ganz frei entscheiden. Das Tor kommt dann noch hier hin. Das kann man hier einfach so reinklippen. So. Und schon lässt sich das öffnen und schließen. Und damit man das auch richtig verschließen kann, gibt es dann hier noch so einen kleinen Verschluss. So, jetzt ist es zu und so ist es jetzt offen. Hier kommen noch zwei kleine Kugeln drauf. Und an die Ränder hier kommen natürlich auch noch mal Pfosten. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Und wie versprochen gibt es jetzt auch das Karussell. Das kann man ganz einfach zusammenbauen. Und natürlich noch die Griffe, damit alle Kinder sich gut festhalten können. Das ist ja auch ganz schön schnell, wenn sich das so dreht. Also einfach hier die roten Griffe rein. Und schon ist das Karussell fertig. Noch ist unser Spielplatz nicht eröffnet und es fehlen auch noch ein paar schöne Pflanzen. So, ich habe schon mal den Baum vorbereitet. Da sind auch noch unten Pflanzen oder kleine Blümchen mit drauf. Den stelle ich mal hier hin. Und dann gibt es hier noch eine zweite Pflanze. Da sind auch unten schöne bunte kleine Blumen. Und hier ist so ein grünes Gebüsch. Das stelle ich einfach mal hier so drunter. Und natürlich darf auch eine Bank nicht fehlen, damit die Eltern zugucken können. Das stelle ich mal, die stelle ich mal hier hin. Und eins habe ich noch vergessen. Es gibt ja noch ein kleines Schaukelpferd. Das besteht aus drei Teilen. Und schon ist es gleich fertig. Da ist schon fast gar kein Platz mehr. Ich muss mal den Zaun noch ein bisschen verschieben. Das kommt hier noch hin. Aber ist so ein Spielplatz ohne Besucher nicht total langweilig? Ah, da kommt ja schon der erste Besucher. Ein Eichhörnchen. Und hier ist noch ein zweites. Die beiden, die suchen sich jetzt erstmal einen schönen Platz auf dem Baum. So, und auch die Vogelmutter lässt nicht lange auf sich warten. Die legt erstmal ihr Nest mit den Eiern auch hier hinten auf den Baum. Natürlich passt die Mutter hier gut auf die Eier auf. Jetzt fehlen nur noch die Kinder. Und schon sind sie da. Hier sind Maya, Tobi und Michi. Und die Maya, die hat rote Haare. Eine kleine Kindergartentasche hat die umhängen. Ein kleines rosanes Kleid mit gelben Ärmeln und eine lilane Hose. Passend dazu auch rosane Schuhe. So, und die kann jetzt schon mal das erste Mal rutschen. Hui! Und dann haben wir hier den kleinen. Der hat ein orangenes Oberteil, eine gelbe Weste drüber. Und eine beige Hose, braune Schuhe und eine braune Kappe. Und zuletzt der kleine Michi. Der hat so dunkelblondes Haar, einen blauen Kapuzenpulli und eine hellblaue Hose. Und dazu beige Stiefel. Und der möchte ganz bestimmt mal die Schaukel ausprobieren. So. Hui! Und schon ist er umgekippt. Aber dürfen die ganz alleine auf dem Spielplatz spielen? Nein, da kommen natürlich noch die beiden Mamas. Hier ist einmal die blonde Mama. Die hat einen ganz dicken Bauch. Die erwartet wohl noch ein weiteres Kind. Die hat eine weiße Jacke und darunter ein blau-grün gestreiftes Oberteil. Und eine grüne Hose. So. Und dann ist hier noch diese Mama. Die hat schwarze Haare. Und zwar so eine Frisur. Hinten etwas kürzer und vorne etwas länger. Und eine lilane Jacke. Eine graue Hose. Lilane Schuhe. Und eine schöne schwarze Handtasche. Die kann man sogar mit einem Gurt umhängen. So, jetzt sind auch wirklich alle da. Jetzt kann es losgehen. Und das war auch schon mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dass wir mal eine Story mit diesem Spielplatz machen, dann schreibt das unten in die Kommentare. Wir haben ja schon die Schwimmbad-Story gemacht. Und vielleicht habt ihr Lust, dass wir hierzu auch mal eine Story machen. Dann einfach unten hinschreiben. Ich kann mir schon wirklich schöne Sachen vorstellen, die man hier auf dem Spielplatz erleben kann. Viele tolle Spielzeug-Spielplatz-Abenteuer. Wenn ihr Lust dazu habt, also einfach schreiben. Wenn euch das Video gefällt, drückt auf den Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.